Moin! Woran denkt ihr, wenn ihr an Theater denkt? Wenn man dem allgemeinen Bild davon, was Theater ist, folgt, ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr jetzt gerade eine oder mehrere dieser Dinge im Kopf habt. Einen roten Vorhang, irgendwie ein sehr schickes, hübsches, prunkvolles Gebäude, Scheinwerferlicht, sehr schöne, vielleicht etwas altertümliche Kostüme, vielleicht aber auch ein wenig Kunst, ein wenig Anmut, ein wenig künstlerischer Ausdruck, möglicherweise aber auch die leichte Irritation darüber, was da ab und zu in diesen Häusern stattfindet. Vielleicht auch schicke Menschen, die dort im Publikum sitzen und sich Kultur geben und vielleicht auch das Eventhafte, die Unterhaltung, das Schöne an dem Ganzen, klassische Literatur und vielleicht auch die ein oder anderen teuren Tickets. Wenn man dieser allgemeinen Idee davon, was Theater ist, folgt, dann wäre Theater in etwa die Schnittmenge aus einer großen Show, künstlerischen Ausdruck, klassischer Literatur, Prunk und feinen Leuten, einer gewissen Form von Irritation und auch ein wenig Unterhaltung und das Ganze natürlich in unterschiedlichem Zuschnitt. Wenn man diesem ganzen Ding folgt, dann ist Theater einerseits eine schöne Kunstform und eine Spielweise dessen, was Gesellschaft ist, aber gleichzeitig vielleicht auch etwas alt, etwas bourgeois, etwas bieder, wenn man denn so möchte. Was ist, wenn ich euch sage, dass das hier auch Theater sein kann? Oder das hier? Oder das hier? Und mit dieser Frage herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag Theatrale Grenzen, in dem ich euch ein bisschen mitnehmen möchte in meiner Auseinandersetzung mit dem, was Theater ist, was Theater sein kann, wie es allgemein vielleicht wahrgenommen wird und wieso sich ein Blick an die Grenzen dessen, was Theater ist, vielleicht lohnt und wieso dort vielleicht sogar etwas mehr Theater zu finden ist, als wenn man in diese wunderbaren Häuser geht. Wieso kann ich darüber etwas sagen? Hi, ich bin Mattes Diekmann, ich bin Theaterregisseur und Künstler, mache das Zeug irgendwie schon ein bisschen länger, mache meine eigenen Produktionen und arbeite mit dieser Frage, wieso fast täglich oder zumindest in meiner Arbeit und meinen Projekten in der Praxis. Genau. Aber um dort euch ein wenig mit hinzunehmen, zu Beginn ein bisschen stumpfe Begriffskunde. Theater kommt ursprünglich, wie vielleicht die einen oder anderen auch wissen, aus dem Griechischen vom Theatron, also von den großen Amphitheatern, das in etwas übersetzt so etwas heißt wie ein Ort zum Zuschauen. Also es war ein Ort, an dem sowohl politische Events, kunstvolle Events, aber auch religiöse Events irgendwie stattfanden oder sich gleichzeitig überschnitten. Das ist irgendwie die Begriffsherkunft. Wenn wir heute von dem Wort Theater sprechen, ist es im Sprachgebrauch, also wenn wir heute von Theater sprechen, meinen wir im Sprachgebrauch in der Regel entweder das Theatergebäude, meinen das Theater als Tätigkeit, also Theater zu machen, Theater zu spielen, das Theater als Institution, also irgendwie als gesellschaftliche Kulturform, als gesellschaftlicher Ausdruck und Theater als Kunstform, also als Bereich der Ästhetik, als das Theater irgendwie als Kunst, als Branche vielleicht auch. Und in das Letztere möchte ich euch jetzt ein wenig mitnehmen. Denn das Theater als Spielweise der Kunst kann ganz unterschiedlich betrachtet werden. Und eine dieser Betrachtungen und eine relativ berühmte Betrachtung ist die von Peter Brook. Peter Brook hat nämlich in seinem Buch Der leere Raum geschrieben, ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann, wir sind zeitlich vor dem Gendern, geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht. Das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist. Allerdings, wenn wir vom Theater sprechen, meinen wir etwas anderes. Rote Vorhänge, Scheinwerfer, Blankverse, Gelächter, Dunkelheit. Alles dies ist wahllos zu einem wirren Bild übereinander kopiert und unter einem Allzweckbegriff subsumiert. So Peter Brook, nämlich schon 1970. Nach ihm ist das, was Theater ist. Jemand tut etwas und jemand anderes guckt zu. Das ist ziemlich simpel. Und man hat dann in der theaterwissenschaftlichen Forschung in den letzten Jahren oder generell auch in der Kunst und in allen Performance-Bereichen drumherum festgestellt, dass genau dieser Satz ja für ganz schön viele Dinge gilt. Unter anderem bedeutet das eben auch, dass ganz, ganz viele Dinge im Alltag Theater sein können, wenn man denn so will. Und genau das hat man dann angefangen, eben nicht als Theater zu bezeichnen, sondern mit Theatralität zu beschreiben. Das heißt, in der Politik wird inszeniert. Auf dem Festtisch wird geplant wie ein großes Bühnenbild. Ein Dorffest kann ein Theaterstück sein. Statistiken sind dramatisch oder das Internet ist eine Bühne. Wenn man diesen Begriff der Theatralität und diese Beziehung nimmt, was ich eben sagte, jemand tut etwas und jemand anderes schaut zu, steckt es irgendwie in all diesen Dingen drin. Und Theatralität ist damit etwas, was in ganz vielen alltäglichen Dingen drinsteckt und so wie die Eigenschaft des Theatralen eine theatrale Beziehung vielleicht beschreibt. Interessant ist, wenn man jetzt zum Theater wieder zurückkehrt, denn Erika Fischer-Lichte, auch eine dieser ganz vielen WissenschaftlerInnen, jemand lacht, das ist sehr gut, ein Klassiker, hat nämlich beschrieben, dass diese Verwandlung oder das Beschäftigen mit Theatralität, also mit der theatralen Beziehung außerhalb dessen, was diese großen alten Bauten sind, die Verschiebung vom Werk zum Ereignis markiert. Das heißt, das Werk ist etwas, man baut auf die Bühne, es ist ganz geschlossen, es ist ganz wunderbar und das Ereignis ist nicht viel mehr als eben ein Ereignis. Das heißt, irgendetwas findet statt, jemand tut etwas, jemand anderes guckt zu. Und im Theater, oder in der Theater, und jetzt spreche ich von dem Theater als Institution, als Branche, gibt es relativ viele Bewegungen, in der genau diese Erkenntnis genommen wurde und eben eine theatrale Beziehung aus dem Alltag oder irgendwo aus der Mensch, aus der Gesellschaft genommen wurde, um daraus ein Ereignis zu machen und damit Theater zu machen. Was genau meine ich? Ich mache es euch an ein paar Beispielen klar. Das erste ist das Projekt 100% Stadt oder 100% Berlin, Tokio oder Porto, es ist in verschiedenen Städten durchgeführt worden, von der Performance-Gruppe Rimini-Protokoll. Rimini-Protokoll hat sich an einer Stadt 100 Menschen genommen und die nach statistischen Kriterien, also repräsentativen Kriterien dieser Stadt ausgewählt und hat sie dann auf eine Bühne gestellt und aus ihnen Bilder gestellt. Das heißt, sie haben sich in einer gewissen Anordnung dargestellt und damit etwas repräsentiert für diese Stadt. Was das ist, ist wie so Theater gewordene Statistik. Denn wenn ich mir angucke, jemand tut etwas und jemand anders schaut zu, sind hier Menschen in einem Publikum, die wiederum Menschen einer statistischen Masse zugucken und damit schaut man irgendwie sich selber zu. Wenn man in Berlin sitzt und 100% Berlin schaut, dann sieht man 100 verschiedene Menschen und damit eigentlich wie so die eigene Stadt. Und vielmehr ist Statistik ja auch nicht, nur in diesem Fall hier Theater geworden. Ein weiteres Beispiel ist die App Lulu vom Online-Theater.live. Das ist eine App, in der man in einem fiktiven Social-Media-Bereich interagiert mit verschiedenen Figuren, mit ihnen chattet, mit ihnen schreibt. Das Ganze geht um die Verbreitung von rechtem Gedankengut auf Social Media. Und was passiert ist, man spielt das, als wäre man auf Social Media unterwegs. Interagiert mit verschiedenen Figuren und Menschen dort und fängt an, sich selber darin wie so theatral zu begegnen. Das, was das ist, ist nichts anderes als Theater gewordenes Social Media. Ich bewege mich und jemand anders reagiert, eine Figur reagiert auf das, was ich gepostet habe und ich habe mich dazu wieder zu verhalten. In diesem Fall so reine Wechselbeziehung, aber ich tue etwas, schreibe etwas und schaue diesen anderen Personen zu, wie sie darauf reagieren. Auch diese Beziehung steckt in Social Media hier Theater geworden. Das dritte Beispiel, ländliche Visionen, das ist ein Projekt von mir und meiner Kollegin Greta Wilhelm. Da haben wir ein Dorf befragt zu ihrer Zukunft und sind mit ihnen dann auf einen Spaziergang durch eben dieses Dorf gegangen und haben ihnen ihre Aufnahmen vorgeführt. Und diese Aufnahmen präsentiert an den verschiedenen Punkten in der Landschaft. Das heißt, auch diese Menschen haben sich wie so selber zugehört, sind sich selber begegnet. Das Dorf und die einzelnen Punkte und ihre Geschichten sind wie so zu einer Bühne geworden und sie selber haben sich und das, was wir über sie gesammelt haben, betrachtet. Das Dorf ist Theater geworden. Und das hier, ist nicht das hier irgendwo auch Theater. Ich stehe hier und tue etwas und ihr schaut mir zu. Auch das ist eine theatrale Beziehung und wenn ich jetzt noch einmal hochspringe, ist das hier vielleicht auch Theater oder? Vielleicht muss das auch gar nicht sein, denn irgendwie tue ich ja auch hier etwas vor euch kund, bewege mich und tue etwas, um euch etwas zu vermitteln. Ein Vortrag gewordenes Theater, wenn man so will. All das sind Grenzbereiche von dem, was Theater ist. Aber das Ganze interessiert mich deswegen, weil ich finde, dass in diesem Verhältnis von Theatralität, dass das in ganz, ganz vielen Dingen steckt und dass dieser Blick an die theatralen Grenzen vielleicht viel mehr offenlegt, das, was Theater eigentlich sein kann. Denn genau dieses Spiel von Ich schaue etwas zu und lerne daran etwas kennen, finde daran etwas heraus und lerne darin, eine bestimmte Performativität kennen. Und meine persönliche Meinung ist, dass ich genau diesen Blick an die theatralen Grenzen insofern viel interessanter finde, als dass dieser ja vielleicht viel lebensnah, viel näher an dem ist, was wir tagtäglich erleben, als das, was so manchmal auf der Bühne stattfindet. Und damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das noch weiter interessiert, ich stehe hinterher für Fragen bereit. Das war der Blick an die theatralen Grenzen. Wer Interesse hat, sich sonst noch weiter damit auseinanderzusetzen, stille.theater ist mein nächstes Projekt, kann man das noch mal in der Praxis erleben. Und sonst vielen Dank.